Also 2020, die Münchner Innenstadtwirte werden wieder für euch da sein. Wir machen wieder Munich Unplugged, natürlich. Wir werden eine Riesenparty in der Stadt feiern. Kommt's, wir freuen uns und musikalisch wird es ein großes Fest werden. Genau, wir freuen uns auf tolle Bands und auf euch und auf tolles Publikum und bis zum nächsten Mal. Genau.